Wie ihr aus euch und euren Liebsten einen eigenen Planeten erstellen könnt. Macht das Bild eurer Wahl in Pixart und geht unten auf Werkzeuge, Dehnen und Wirbeln-CW. Geht damit so lange über das Bild, bis es euch gut gefällt. Und geht dann auf Werkzeuge und Formschnitt, wählt den Kreis aus. Platziert ihn so, dass der Ausschnitt schön ist und geht oben auf den Pfeil. Geht dann auf Aufkleber, sucht nach Crescent Moon. Wählt den hier aus, macht ihn groß und platziert ihn am Rand von dem Kreis. Geht oben auf Anwenden und schneidet den Planeten dann wieder kreisförmig aus. Das Ganze dann wieder speichern und jetzt nur noch auf Anpassen gehen. Klickt auf Bild und wählt eine Galaxie aus, die euch gefällt. Und schon habt ihr euer Bild. Markiert mal die Person in den Kommis, die ihr einen eigenen Planeten bekommt.